Hi Pyros, ich habe ein neues Prospekt für euch. Heute ist es der Kingkauf. Kingkauf hat verschiedene Sachen im Angebot. Watt, Rubro, Fire Event, Gao, Leslie und so weiter. Wir haben hier direkt zu Beginn den fetten Verbund von Leslie, den Prinziden Pyro. Absolute Kaufempfehlung, wer so viel für den Verbund ausgeben möchte, kann das gerne tun. Hier brennt richtig der Himmel, wenn ihr das Teil habt. 150 Sekunden ballert das Ding und hat 144 Schuss. Fast 2 Kilo NEM und da geht es richtig ab. Dann haben wir hier die Moskitos, auch eine Kaufempfehlung. Paar sind teurer als im Onlineshop, aber es ist ja egal. Dann haben wir hier die Kracherblitz für 49 Euro. Donnerschlag, Fire Event, 3 Kanonschläge. Für 1 Euro weniger würde ich da jetzt eine Kaufempfehlung aussprechen, aber die sind natürlich auch sehr gut, aber finde ich zu viel für 6 Euro. Dann haben wir hier XP3, das ist die Nachmache der FP3. Würde ich liegen lassen, hat zwar einen grünen Feuer, Bengalfeuer bzw. Vorbrenner. Ah, der knallt nicht laut. Dann haben wir hier Double Deck, Red, Purple und Blue. 20 Euro jeweils, absolute Kaufempfehlung mitnehmen. Thunder King Brutus kann man auch mitnehmen, ist eine Salutbatze für alle, die einfach nur Knall haben wollen. Ja, die geht aber auch günstiger, aber für den Preis macht man da immer noch nichts verkehrt. Stehen lassen würde ich, wie bei allen anderen Läden auch, diese 300 Schuss Pfeife Batterien hier. Ist zwar 1 Euro günstiger, aber im Endeffekt sind das auch einfach nur ein bisschen Quackling und ja, einfach nur Pfeifeffekte. Thunder Air Bomb, 4,44 Euro, kann man mitnehmen. Memories von Gao, richtig krasses Ding, würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Schaut euch dazu ein Video an, das Ding geht richtig zur Sache. Dann Knatterkugeln einmal, 50 Stück. Ja, kann man mitnehmen. Da bleibt jetzt nur zu wissen, ob das Cut 1 oder Cut 2 ist, aber ich denke mal, das wird in Cut 2 fallen. Für 5,99 Euro habt ihr da 50 Kugeln und da kann man da nichts falsch machen. Wir kommen auch schon zur zweiten Seite. Liegen lassen könnt ihr die Django. Das sind einfach nur ein bisschen Quackling und ein paar aufsteigende Effekte, nichts Besonderes. Mitnehmen würde ich aber hier die Leslie Gold, auch gleich mehrfach. Ist so ein bisschen teurer als im Online-Shop, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen. Super Teil. 1,2 Polizei, kenne ich nicht. Skybombs von Veko, auch eine Kaufempfehlung, definitiv. Super Bombenrohre, finde ich. Definitiv einpacken, auch mehrfach. Dann haben wir hier eine Kaufempfehlung wieder mal, die kubischen Kanonenschläge für 1 Euro. Um den einen Cent beiße ich mich jetzt nicht. Drei Stück. Ja, guckt nach, wie die Verarbeitung ist, ob die schimmeln, ob die weich sind. Dann auf jeden Fall mitnehmen, wenn sie nicht schimmeln und nicht weich sind. Dann sind sie ja immer gut bei mir gewesen. Dann haben wir hier noch eine Kaufempfehlung. Die Big Boys von Explode. Richtig krasse Quackling-Bälle. Definitiv mehrfach mitnehmen. Luftheuler. Ja, ist jetzt nicht so das, worauf ich stehe, aber es gibt einige, die stehen darauf von euch. Für den Preis kann man die mitnehmen. Da werde ich nicht drauf eingehen, auf das Ding. Wir haben hier den fetten Verbund. Ja, 144 Schuss. Code Red aus dem Hause Volt. Volt kenne ich noch gar nicht, habe ich auch dieses Jahr erst von gehört. Ich kenne die Artikel nicht und ist eh ein Verbund, da werde ich sowieso nicht drauf eingehen. Daneben haben wir die Transpomber. Das zählt das gleiche. 89 Euro. Eine Kaufempfehlung wiederum ist die Crazer Kompakt. Ihr habt hier eine richtig fette Knisterbatterie, wie es hier steht, beziehungsweise mit Quackling halt. Es knistern. 25 Schuss in Fächern. Richtig krass, da brennt der Himmel, wenn ihr das Ding zündet. 20 Euro einpacken. Dann haben wir hier Bürgermeister 100 Schussverbund. 65 Euro. Beatbox Verbund 112 Schuss. Ja, kann ja nicht viel rauskommen, wenn die nur 20 Euro kostet. Viper 3 von Pyro Trade. Pyro Trade. Ja, 120 Dezibel sollen die wohl laut werden, laut Angabe. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ja, wird es auf jeden Fall richtig geil sein. Würde ich aber auch so generell mal zum Kaufen einmal mitnehmen, wer gerne Böller testet. Daneben haben wir die Turbo Tubes. Fand ich jetzt nicht so toll. Ja, muss die da selbst entscheiden. Guckt euch auf jeden Fall Videos vorher an. Dann haben wir hier die Black Bullet. Ja, von Bröckhoff. Ja, geht so. Würde ich mir jetzt nicht mitnehmen. Dann haben wir hier als drittletzten Artikel die Aragon. Es ist auch wieder eine 5 bzw. Heuler-Batterie für 3,33 Euro. 120 Schuss. Ja, hier steht 120. Hier haben sie die 1 vergessen. Dann haben wir die Crouching Tiger. 36 Schuss Palmbatze. 17,99 Euro. Ja, auf jeden Fall würde ich die mal mitnehmen. Guckt euch aber wie gesagt vorher das Video an. Und zu guter Letzt haben wir hier die Flammkufen Ufus. So, 6 aufsteigende, ja, kleine Drehkreise. Leider mit Plastik hier unten dran. Kann man nichts falsch machen für 3 Euro. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ja, das war es leider dann auch schon wieder von diesem Prospekt, von Kingkauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da. Lasst mir ein Like da. Und schreibt etwas in die Kommentare, denn das hilft mir am meisten. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.